So, hallo und herzlich willkommen hier wieder zum LS22 auf der natfriesischen Marsch. Wir fangen an mit Feld 14 zu mähen und gucken direkt mal zu Feld 50 was da los ist. Er wartet auf Abfahrer, wie es aussieht. Wo steckt der Abfahrer? Wo steckt der Abfahrer da hinten? Oha, ist aber auch eine Strecke, ne? Dann wird es ein bisschen dauern. Wenn der Patienten in Kutschen muss, schon fort. So, gleich mache ich jetzt noch vor, in der ersten Folge, ne? So, auf Feld 12. War das Ernterei, oder? Ne. Gucken wir mal, ob wir eine Mission haben, ne? Aber ich glaube nicht. Wäre natürlich schön. Ernten, ernten, ernten. Ernten. Na, kann man mal diese Flugmission, ne? Komm, machen wir mal. Feld 12. Gucken, wie er sich verhält mit dem Flug. So, da. Da. Wir machen. Wir machen 6. Und die Bahn fangen wir an. Mal gucken, ob das so funktioniert. Mit dem Gräben. Ich bin am überlegen, ob ich mir Lamp-Wirtschaft-Simulator 23 für die Switch kaufe. Ich bin dann noch so unschlüssig. Lassen wir mich mal arbeiten. Gucken wir mal, wie der Ertrag so aussieht. Echter Veränderung ist drin. Hier fühlt doch der Dunger an. Darauf werden wir jetzt noch mehr achten. So, warten wir noch, bis er hier mal angefangen hat. Feld 11 wartet auch, damit er angefangen werden kann im September. Bringen wir weit zur Ausfälle. So, das geht so. Der Textur sieht schon lecker aus, ne? Oh, herrlich. So, 2 Stunden, sagt er? Kann er. Schichter. Ähm, mit dem wollten wir noch weitermachen. Ähm, noch mal ein paar Filmen hier. Wir sind ja fast fertig, ne? Damit. Damit kommen wir noch mal ein paar Minuten. Ja. Vielen Dank. So, den Ding brauchen wir schon mal wegfriesen. Ja, dummer Berg, ne? Dann machen wir hier mal die Mästen hoffen. Okay. 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 Guck mal, ob wir da mit Telefonen mal alles wegkriegen werden. Das ist doch schon ein bisschen nervig, ne? Ach, da steht ja auch noch Wald drin. Da steht auch noch was drin. Da mag uns sowas. Da steht auch noch was drin. Das wäre ein Träumchen. Da brauchen wir dafür Kiffel benutzen. Das kriegen wir hin. Das wäre hier die Gewächsfälsehalle hinbauen. Jetzt haben wir ein Waldgebiet zum Aufbaust zu tun. Das ist noch schneller als ein Bauplatz für irgendwelche Produktionen, ne? Ja, was sollte hinpassen? Also wenn wir hier mit größter Wahrscheinlichkeit die Wechsel werden. Dafür brauchen wir auch Dünger. Mist, Erde, Brunnen. Und wir brauchen hier bei uns. Also, wir brauchen hier bei uns. Wir brauchen hier bei uns. Da steht auch ein paar Teile. Okay, wir enden. Und jetzt werden wir wieder. Vielen Dank. 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 So, wir werden mal gucken, wer die Arbeit da beendet hat. Oh, der Big M. Das ist gut. Okay. Nicht warten. Okay. 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 Ja, das ist ja doch schon. Das war Feld 39, oder? Ja, Feld 39 und 3 vergessen. Ja, fahr mal hin. Was hätte ich überhaupt für 39? Das stimmt. Ach da. Ja, fahr mal. Ok, da haben wir noch Modus hier, 5, 39 und 3 vergessen. Ja, fahr mal hin. 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 Och, fahr mal hin. Ja, fahr mal hin. Ja. 3 das ist heute mal gucken wir haben wir die ausgaben hier von 237.000 pro monat es wollte ich gucken fahrzeug mieter die dann ausgaben haben 46.000 ankauf baukosten produktionskosten 1 4 kauft produkte noch so ein plus hier kann ich aber nicht zurückzahlen sondertilgung noch zu zahlen der betrag ach der kann es auch machen nicht schlecht also wenn wir den mal plus haben wir fahren jetzt ein bisschen woanders hin an dass sind wir sind Untertitelung des ZDF, 2020 So haben wir auch. Und so haben wir dann auch wieder eine grobe Mission. Und dann fertig sind wir die Föder. Oh ja was aber. Geht doch. So läuft dann ganz alleine. Wer wartet? Sehen wir. Feldarbeit. Ach er ist fertig ne? So. 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 So klein. Feld. Für diesen. Da. Hä? Großladen? Wollt ihr da noch groß dran haben? So. Großladen. Weltwürzen. Arbeit beendet. Okay. Schicht der Eingel für 20. Erster Lichtpunkt und los. Verblockiert. Mehr wird entlang. Das war ja wieder klar, ja. Deswegen lass ich Flugmissionen. Na so, nicht. So doch nicht. Komm, dreh dich. Großgut. Vielleicht hätte ich mehr vor Gewinn daneben sollen. Der Platz reicht bestimmt nicht aus. So, an sich läuft das alles, ne? Der ist schon fleißig. Jo. Der Platz reicht nicht aus. Dann auch schon Einstauern mit ihm. Wie weit wird er da hinten noch zurückfahren? Mhm. Na siehst du, aber doch. Jetzt tappen wir nochmal durch. Warte, ich geh nicht, kommen sie wieder im Wege hier. Mach mit, ich hab vergessen einzuheben, oder? Ähm... Alter, ich hab gesagt, er fällt 20. Wo fährt er hinten? So, die machen an ihren Augen. Er ist jodfass fertig. Ach Mensch. Sie sind wieder mit der Da ist ein bisschen besser. Wenn du aus der Deine Neig. Wärter Schnappst. 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 Das war's für heute, bis zur nächsten Folge, bis dahin, tschüss.